Oh, da kommen schon wieder neue. Oh, noch ein Punkt und ich bin Meister. What the hell? What the... Meine... Hör doch mal auf. Das brennt in den Augen, ja? Wie würde es dir gefallen, wenn ich dich hier mit irgendwas anspraye? Oh Gott, sind das viele heilende Hände. Komm, komm, ohne Haltrang, ohne Haltrang, ohne Haltrang. Wo ist eigentlich Lydia? Kannst du mal aufhören, hier mit der Falle zu spielen, Lydia. Danke. Wir holen uns Verstärkung. Und gleich wieder hier auf die Waffen wechseln. Ich verbessere hier gerade so ziemlich alles. Okay, ein weniger. Der andere da drüben bei Lydia ist auch tot. Sehr gut gemacht, Lydia. Ich wusste, auf dich kann ich mich doch irgendwie verlassen. Frau mit dem Feuerballstab. Achtung, Achtung, eine Falle. Nicht reintreten, bitte. Hier sind sehr, sehr viele Fallen. Und wir haben immer noch keinen Schlüssel für die eine Tür. Der war wohl auf der Flucht. Ach, das Schild wollte ich gar nicht. Das wollte ich doch gar nicht. Bekleidung. Ne, ne. So. Okay. Oh, äh, woher kommt ihr denn auf einmal alle wieder? Eben hatte ich hier doch noch so schön... Boah. Freie Sicht und dann auf einmal ein Hörer. Ein Beförderter. Lydia, Lydia, pass auf, pass auf. Du bist hier wieder ganz schön angeschlagen. Und jetzt lassen wir hier den Duwakin ran. Wo ist der andere hin? Wo ist der höhere hin? Lydia, 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 pass auf. Ah, da geht sie schon wieder zu Boden. Aber sie lebt, von daher... Alright, alright, alright. Ich glaub's ja gar nicht. Lydia ist schon wieder am Boden. Die steht gar nicht mehr auf. Bleibt gleich liegen. Kleiner Urlaub. Kleine Pause. Oh, was hat denn der da in der Hand? Eine Frost-Axt. Ja, eine Frost-Axt. Verflucht. Du machst mir ganz schön Schaden, mein Freund. Ich brauch hier mal einen Zaubertrank. Oh, oh, oh. Ich sollte doch noch einen kleinen nehmen. Feierabend. Endlich. Geht ganz schön lange hier unten. Ich sag ja, das ist wahrscheinlich der Schwierigste. Der Brunnenschlüssel. Wir haben ihn. Wir haben ihn. Wir haben ihn. Bam, 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 bam. Mr. Brunnenschlüssel. Wir haben dich gefunden. Bam, 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 bam. Wie machen wir jetzt weiter? Sollen wir die mitnehmen? Wir nehmen sie mal mit. Heute, da ist immer noch, glaube ich, die eine Falle da, die unendlich Pfeile hat. Ich frag mich, wer die da permanent auslöst. Ah, äh, nein, 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 nein! Nein! Oh Gott. Oh Gott. Ich wär fast getroffen worden. Ihm, denke ich, noch so. Ah. Ernsthaft? Oh nein, und ich hab so... Jetzt müssen wir hier nochmal gegen die Drogs kämpfen. Ach, Freunde. Ach, Freunde. Was lernen wir daraus? F5. F5. Und zwar so oft wie möglich. Okay. Ich mach schnell, keine Sorge. Ich mach ganz schnell. Ich spiel jetzt auch nicht rum. Wir machen das ganz schnell. Und dann sind wir gleich wieder an der Stelle. Zum Glück hab ich F5 gemacht. Denn... Ohne F5 wären wir jetzt... Ja. Sehr weit zurück. Wir machen öfters F5. Versprochen. Ich hab daraus gelernt. Heute hab ich viel gelernt. Ich hab gelernt, dass... Pfeile unendlich aus den Fallen kommen. Ich hab gelernt, dass... ...man niemals an eine Rune ranrehen sollte. Und ich hab gelernt, dass... Drogs nervig sind. Ich hol mir Verstärkung. Ich hol mir Verstärkung. Und zwar hier... Dich. Oh. Oh. Hier ist ein ganz besonderer Gegner. Komm. Lauf hier mal bitte... Oh. Auf den Punkt. Ich sollte mich auch heilen. Jetzt läuft's irgendwie gar nicht gut für mich. Ups. Und komm, 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 komm. Sehr schön. Das war... ...mein Plan. Oh. Da kommt aber noch einer. Da... ...kommt noch einer. Komm, komm. Oh. Mist, 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 Mist. Ich brauch Heilung. Lydia. Sehr gut. Kaum ist sie da, schon... ...kriegt sie hier... Achtung. Ich will an der Falle vorbei. Uah. Autsch. Die tun ganz schön Aua. Aua. Was zum... Was zum... Mist, ich brauch einen kleinen Heiltrank. Ey, 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 der Kühlschrank, der... ...verdammte... Ich brauch unbedingt noch einen Heiltrank. Und? Getroffen. Das gibt's doch gar nicht. Ich hab doch eben hier... Perfekt. Ach, Mist, ich komm nicht ran. Ich komm nicht ran. Da, die Falle direkt davor. Lydia, lock ihn auf die Falle. Lock ihn. Ja, ja. Boah. Beschiss. B... B... Ja. Ich glaub, die Falle geht los. So. Problem gelöst. Und jetzt hier noch den letzten. Und dann sind wir wieder durch. Hui. Zwei Goldstücke. So, Lydia. Wir haben sie überlebt. Was meinst du? F5? F5. Und jetzt sind wir doch gleich da, wo wir eigentlich waren. Ah, was war denn das? Ach so. Nichts. Es war nichts. 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 Nochmal F5. Na, dann nehmen wir gleich mal den hier. Joel. Joel. Mein Freund. Lüdi, lebst du noch? Da hinten. Achtung. Da ist auch noch einer. Da ist auch noch einer. Sag mal, wie viele kommen denn hier noch? Ich brauch schon wieder Heilung. Und zwar ganz schnell. Aber Jons. Uh. Da hab ich eben wirklich auf Risiko gespielt. Da hatte ich Glück. Da hatte ich wirklich verdammtes Glück. Komm. Tanz mit mir den Tanz. Lydia. Lebst du noch? Oh ja, sie lebt noch. Ich dachte eben schon, sie wär down. Sag mal. Ich brauch einen Heiltrank. Jetzt nehm ich doch lieber hier die kleinen Heiltränke. Komm. Oh, den haben wir. Und gleich hochheilen. Kein Risiko eingehen. Ich hab keinen Bock hier nochmal drauf zu gehen. Ach, das waren alle. Ach, das waren alle. Sehr gut. Dann bedienen wir uns nochmal. Nehmen nochmal hier den Bom-Bom-Bom-Bom-Bom. Brunnenschlüssel mit. Pelzhelm brauche ich nicht. Ah, die war ja irgendwie verzaubert. Mitgenommen. Und jetzt müssen wir da oben uns um. F5. F5. Ja, genau. Ganz vergessen. Na, sieh mal eine an. Da drüben ist sogar noch ne Truhe. Und hier sind noch Uhren. Wir kommen an die Truhe, glaube ich, mal so ran. Moment. Magie. Schreie. Nein, 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 nein. Ja. Ah, zu weit. Zu weit. Aber der Gedanke ist schon mal nicht verkehrt. Nur leider ist hier irgendwo noch ein Gegner. Irgendwo hier. Rennt noch einer rum. Ach, wir können hier auch drüber springen wahrscheinlich. Oder auch nicht. Ach, verdammt mich doch. Und. Och, komm. Jetzt bin ich irgendwo anders. Ich sollte aufhören hier mit dem Kram. Ah, da oben ist unser Gegner. Bleib doch, bleib doch, bleib doch stehen. Danke. So. Wir versuchen es nochmal. Und? Warum kann ich denn hier nicht springen? Man kann nicht springen und sprinten auf einmal. Nee, geht anscheinend wirklich nicht. Achtung, ich gehe mal hier hin. Hier ganz nach vorne. Und. Na also, ein Sprung. Wir bekommen rein. Gar nichts. So, jetzt sind wir aber da oben bei unserem Stein. F5. Ah, 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 ah. Wie kommen wir hier vorbei? Oh. Ach, Mist, 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 Mist. Nein, Lydia, das war noch nicht alles. Wir kriegen das hin. Wir kriegen das hin. Und da hinten rasseln wieder die Pfeile. Wir haben doch noch irgendwo so einen Schutzzauber. Moment. Wiederherstellung. Oh Gott, das gibt's ja gar nicht. Mann, sind die Dinger brutal. Mann, sind die Dinger brutal. F5. Und wir kommen weiter. Vulkanglashelm. Nehmen wir mal mit. Ah, jetzt sind wir wieder bei unserer Falle. Man hört sie da hinten, die immer noch spuckt. Sie will einfach nicht aufhören. Und wir müssen jetzt hier wohl eine Etage... Ach, da waren ja auch noch die Dinger. Weiter runter. Komm, Lydia, hör doch auf mit der Falle hier rumzuspielen. Wir haben Wichtigeres zu tun. Haltet die Luft an. Wir verwenden jetzt hier den Zauber Unterwasseratmung. Der ist, glaube ich, bei Veränderung drin. Aha, aha, aha. Steinhaut, Unterwasseratmung. Sehr schön. Und Abmarsch. Wir tauchen ab. Und sind gleich Level up. Ja, wir sind Level up sogar. Ach, wir hätten das gar nicht gebraucht. Was haben wir denn hier? Rufus! Nein, Rattus! Ähm. Und sonst? So. Nichts. Okay. Dann machen wir weiter. Ey, die Ratten haben hier die Spinne besiegt. Und ich mag Ratten lieber als Spinnen. Punkt für euch. Okay. Die haben wir schon los. Quecksilber brauchen wir nicht. Aber die hier, die nehme ich mit. Die findet man nämlich nur in Höhlen. Und die kann ich immer ganz gut gebrauchen. Also, ein. Zwei. Geht da hier noch einer? Nein. Und hier drüben? Äh, drei. Drei. Vier. Fünf und sechs. Na. Warum jetzt? Und Abmarsch. Na, was haben wir? Ups. Der ist irgendwie ziemlich klitschig hier unten, der Trank. Lydia, du kannst ruhig auftauchen. Ich schaue mich hier unten noch um, aber wir finden hier unten nichts. Deswegen gleich weiter. Ja. Mh, mh. Nein. Ja. Na, da drüben vielleicht irgendetwas. Nö. Bam, 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 bam. Jetzt habe ich ewig diese verdammte Melodie im Kopf.